Hallo liebe Eltern. Ich bin Experte in Geschwisterrivalität. Heute habe ich eine Familie bei mir, die meine Hilfe braucht. Ich stelle sie euch kurz vor. Die Familie Peters besteht aus Vater Anton und Mutter Sabine mit den drei Kindern Isabel, 10, Julian, 8 und Florian, 6. Liebe Familie Peters. Wieso sind sie bei mir? Zwischen unseren beiden Söhnen Julian und Florian gibt es immer wieder heftige Streitereien. Die Beziehung von Isabel zu den beiden ist sehr gut, vor allem zu Florian pflegt sie ein enges Verhältnis. Wir können uns die Streitereien zwischen den beiden Jungen nicht erklären. Als erstes kann ich sie beruhigen. Streitereien und Rivalität zwischen Geschwistern ist normal und nicht in jedem Fall schlecht. Geschwisterrivalität hilft den Kindern Empathie zu empfinden, fördert die Fähigkeit konstruktiv zu kommunizieren und zeigt die Wichtigkeit von Toleranz auf. Zudem können die Kinder lernen, wie man sich wieder versöhnt. Maßnahmen ergreifen muss man erst, wenn auffällige und intensiv negative Gefühle auftreten, welche begleitet werden von emotionalen Störungen wie zum Beispiel Wutausbrüchen, Schlafstörungen oder aufsässigem Verhalten gegenüber einem oder beiden Elternteilen. Aber schauen wir doch mal ihre Familienkonstellation an. Ich sehe zwei Geschwister, die sich sehr gut verstehen. Isabel und Florian haben mehr Abstand im Alter und nicht das gleiche Geschlecht. Es ist generell so, dass die Intimität mit einer Schwester meist größer ist. Auf der anderen Seite sehe ich Julian und Florian, welche einen kleinen Altersunterschied aufweisen und beide Jungs sind. Gleichgeschlechtliche Geschwisterbeziehungen sind meist von mehr Rivalität und Aggressionen geprägt. Neben diesen Gegebenheiten ist aber vor allem das Verhalten der Eltern ein wichtiger Einflussfaktor für die Rivalität der Geschwister. Um das beurteilen zu können, schauen wir uns doch eine von ihren Alltagssituationen genauer an. Hier sehen wir gerade, wie der Vater mit Julian vom Fußballtraining nach Hause kommt. Julian, du spielst wirklich so toll Fußball. Du wirst es noch weit bringen, weiter als ich es geschafft habe. Papa, Papa, schau mal, ich habe mein Spielzeug und die Bücher weggeräumt. Aber wieso sind die Bücher wieder am falschen Platz aufgeräumt? Sie gehören dorthin, wo auch dein Bruder Seema einsortiert. Im Bücherregal. Hört jetzt auf! Es gibt zwei Ebenen der Rivalität. Zum einen die elementare Ebene, welche das Streben um Liebe, Anerkennung und Zuwendung der Eltern umfasst. Zum anderen Bereiche, welche in jeder Familie unterschiedlich gewichtet werden, wie zum Beispiel Schulnoten oder Berufswahl. Florian sucht durch das Zimmer auf Räumen die Aufmerksamkeit und Zuwendung vom Vater Anton, erhält diese aber leider nur ungenügend. Ein an ihrer Familie wichtiger Bereich scheint das Fußballspielen zu sein. Julian erfüllt hier mehr Antons Wunsch, ein guter Fußballspieler zu sein. Zudem scheint es so, dass es ein unerfüllter Wunsch von Anton ist, ein guter Fußballer zu sein und dass er diesen Wunsch auf seine Söhne projiziert. Weil Julian diesem Wunschbild gerechter wird, erhält er mehr Aufmerksamkeit von Anton. Auch der offene Vergleich ist ungünstig für Florian. Er hat eine Haushaltsarbeit erledigt und benötigt hierfür auch Lob und Bestätigung, auch wenn es nicht wie Julian aufgeräumt wurde. Es scheint mir so, als ob Julian Florian vorgezogen wird. Oh, das ist uns gar nie aufgefallen. Machen Sie sich keine Sorgen, 84% der Eltern bevorzugen eines ihrer Kinder. Es ist normal und sie sind nicht die einzigen. Es ist aber wichtig, dass man sich dessen bewusst ist. Um in Zukunft solche ungünstigen Streitereien zu verhindern, hier einige Tipps. Den Fokus auf gleichbleibend gute emotionale Beziehungen und nicht gleiche Beziehung zu allen Kindern behalten. Eine gute Beziehung zu allen Kindern führt auch dazu, dass die Kinder untereinander eine bessere Beziehung haben. Dann keine offenen Vergleiche vornehmen. Die verstrittenen Geschwister beruhigen. Die individuellen Stärken der Geschwister betonen. Und zum Schluss, Streitereien wahrnehmen und nicht einfach ignorieren. So, ich muss jetzt leider weiter in den Mittag. Vielen Dank, dass Sie heute bei mir waren und ich hoffe ich konnte Ihnen helfen. Vielen Dank, lieber Geschwister Rivalitätsexperte, Sie haben uns wirklich sehr geholfen. Vielen Dank, lieber Geschwister Rivalität. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.